Ich hatte noch einen Käfer. Oh, jetzt ist jemand rausgekumpelt. Ich zeige jetzt davon. Ja, ich glaube dahinter. Ja, ich glaube, er ist nicht davon, er hat rausgekumpelt. Ja, wir haben ein bisschen in Ordnung. Oh, jemand schiessen wir in den Rücken. Oh shit, ja. Das wird dann dieses Team sein. Fuck! Tod. Keine Ahnung wo. Sniper hat schon die... Kannst du nicht schauen, wo dieses Team ist, ob die in der Vorsecke sind? Nein, die sind noch da. Schön. Lebt, da kannst du mich aufnehmen. Geiler Seil. Ist ja verdammt gut. Gut. Wo sehen sie? Wollen wir mal ein bisschen in Norden das Haus? Warte, da können wir noch lauten da. Ja. Da ist dieses Team Puste, glaube ich, rein. Ich zünde mal den Dings an, den Badi. Zünde ihn an, oder? Ja, ist gut. Er hat da noch ein Dings in einem... ...einen Lanzen, Sprenglanzen. Ja. Dieser Lutenfall immer da oben raus. Bei so einem Fester? Ja, bei dem... Wo? Bei dem Eingang da. Das ist ein anderes Team. Ist jetzt schon wieder jemand gekillt? Weiss nicht. Ich habe nur auf jemanden geschossen. Jemand gehört sterben. Du mal schaue und sag mal an, wo es sind. Ja. Also... Es sind... Oh, gerade bei uns ist es einer. Da hinten. Wo? Ah nein, es ist ein bisschen weiter weg. Wollen wir da mal ein bisschen raus? Ja. Stark dafür. Hier ist er. Wo? Ja, ich sehe ihn. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir in einem Scheissort. Nein, komm. Oh, wir haben wieder Klapp. Ja. Ah, Bounty haben wir ihn. Hier. Trafen. Den müssen wir jetzt killen. Wo ist denn der Wichser? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Und wir werden wieder von anderen beschossen. Ich habe keine Sekunden mehr. Oben. Ah, von der Seite kommt einer. Ah, jetzt hast du keine Munition mehr. Die schiessen ja nicht auf dich, oder? Nein. Aber ich glaube schon meine Richtung. Ich glaube, die Fight der Gegenhand. Ich weiss, ich habe keine Munition mehr. Wir können da mit einem Bounty raus. Nein, nein, nein. Nein, wenn du sagst, hast du keine Munition. Ja, ich kann... Also mit... Ich kann schon noch einen Shot gehen einfach. Komm, wir gehen näher runter. Schade, haben wir da jetzt... Wach schön, wach schön hier oben schauen. Wo ist deine Bounty? Ah, der wird rausgehen. Der jaget es. Der jaget es. Der ist nach dem, ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich bin jetzt ein wenig... Granaten. Ich busche rauf. Ich bin jetzt ein wenig... Granaten. Ich busche rauf. Ich brauche dringend Hilfe da. Oh ja. Oh ja. Es hat noch einen. Achtung, es sind die Zweiten. Käfer kommt. Wenn wir zum Body, zum der toten Leiche gehen. Ja. Ja. Aber es hat noch einen Zweiten. Ja. Ich weiss. Wo ist der mit der Bounty? Keine Ahnung. Der ist noch da, der ist noch da. Der ist gerade bei uns. Nein, Bounty liegt da. Bounty steht da. Ah, nehmen sie. Dann gehen wir raus. Nein, ich kann nicht. Die ist deckt. Sicher? Ja. Ich komme voraus. Also ich probier's. Wollen wir in Süden oder da? Schau mal. Es ist im Fall nur noch einer rum. Wo? Also komm, dann gehen wir raus. Komm, dann gehen wir raus. Die Chance wollen wir jetzt nehmen. Du hast aber auf mich gewartet. Ja. Überdeckig, ja. Ist gut. Schiessen, prophylaktisch. Geil. Ich habe keinen Sekunden mehr. Ich habe keinen Sekunden mehr. Ein sauren Schuss, denkst du jetzt. Jetzt hast du ja abgeräumt, wie nichts. Wir sind noch nicht draussen. Ja, aber gleich. Uah. Ja, er schiesst. Komm, hinter das Ross, Mari. Ich habe gute Deckung hier. Kannst du mal schauen, wo er ist? Er ist weit weg. Ja, du Trottel. Du musst dahin kommen. Scharf. Scharf der Wände. Trottel. Tschüss. Auf, auf, auf. Hey, verdammt geil.